Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich kein zu nasses und stürmisches Wochenende, so wie es bei mir leider ist. Ich habe eine kleine Umfrage gestartet anlässlich der tausend Abonnentinnen und Abonnenten und ja, habe mir gedacht, das könnte vielleicht ganz unterhaltsam sein. Dann wählt doch, wenn ihr wollt, auf meinem Kanal euer Lieblingshörbuch, beziehungsweise könnt ihr wählen zwischen drei unterschiedlichen Autoren. Wo findet man diese Abstimmung? Auf meiner Kanalseite, wenn man hier auf Community klickt, dann findet ihr hier die Wunschhörbuchabstimmung. Ja, zur Wahl stehen Robert L. Stevenson, Edgar Wallace oder Roald Dahl und ihr könnt dort einfach mit einem Klick eure Stimme abgeben. Vielleicht kommen 100 Stimmen zustande im Laufe der nächsten Monate, werde ich dann mal sehen. Ich würde mich freuen, vielleicht ist für euch was Interessantes dabei. In diesem Sinne weiterhin viel Spaß beim Hören.